Das RTS 3000 Spiral-Rolltor vereinigt Schnelligkeit und Top-Design. Die kraftvolle FU-Steuerung ermöglicht eine Öffnungsgeschwindigkeit von bis zu 3 m pro Sekunde. Dabei werden die Profile sicher und berührungslos in die Spiralkonsole gezogen. Seine besondere Stabilität erhält das Tor durch die doppelwandigen Aluminium-Profile, die über die gesamte Breite miteinander verbunden sind. Dadurch ergeben sich mögliche Torbreiten bis 6,50 m. Die Scharnierverbindungen garantieren zudem einen geräuscharmen Lauf, hohe Langlebigkeit und Servicefreundlichkeit. Darüber hinaus verfügt das Tor über einen hohen Wärmedämmwert, da die Aluminium-Profile thermisch getrennt sind. Für Hallen mit niedriger Sturzhöhe über dem Tor bieten wir auch eine Variante mit ovaler und deshalb flacherer Spiralkonsole an. Das RTS 3000, das schnelle Spiraltor mit thermischer Trennung. Das RTS 4 4. Vielen Dank.